Jürgen Leiter Willkommen hier zu einem neuen Park vor Ort die Jahrhauten der Jodhau und wie ihr seht ich spiel mit dem Schädel der das richtiger Euro um ein Schwer das Geld ist wie verrückt ja wir haben soll xp fahren also die gibt so xp und warum und mein Gott flüssig lauft aus gar nicht flüssig 3 FPS so wie das ist wirklich so lebt aus ihr habt ja gesehen ich habe wenig Schäders ich weiß so jetzt läuft das schon auf 25 oder 20 FPS hallo Zombie Pigmen also ich zeige euch lol schau mal schau mal wer ich mitgebracht habe hihihi hihihi ich keine Ahnung ich hab ihn mitgeschoben wie lol also es ist so unsere Falle also da kann es jetzt nicht ich kann mich hier ich richtig zeigen ja und dann schießt man so oft im Fall mit dem mit dem Falle und Bogen auf einen da kommen ja alle auf dich dann fallen ja in ein Loch und fall nach unten dann gehen wir nach unten das aber auch schon gebraucht hihihi die Bogen da also und dann geht man hier und bei ihr da 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 wird durch den Gang da Soda kommen in diese Hütte hier ein Held davon hat alle zum Wissen und dann liegt hier Paul Lerf der 1 was er ist es ist eh weil ich natürlich jetzt bin ich schon voll in im Bild der Leben in den Bildern pro Sekunde dort in den FG es wir hatten vorhin gerade ein Gas der gekommen war und uns alles kaputt haupt bestört euch nicht über die Hingerung kreuschen wenn ich sie im Fall bei meinem Glück bei meinem Bruder hört weil wir skypen und skypen und kreibern und da ist mein Brüdi die so wie das ist entweder sich an machen kann weil das sonst zu verpögt so Böö Alt D-Unter-Zollung vor diesem liegt und wo am Morgen war mit aber hoffen so und die es wiederlair vorbietig Mann ein Freund was hieß goldschwert hin das ist Uhr und so und Horst Leben normal normal, 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 ich sollte wieder mal Kürbiskuchen machen die BG B hier doch aus Bucht aus mehr johann gesiebt guter Tag er will die Aufstieg wir möchten ihnen mitteilen dass sie aus dem Projekt geworfen während aber werden musste vergessen zu schreiben die Jürgen also ich glaube es aber er hat sie aus dem Projekt gibt dass sie ihn mitteilen dass sie aus dem Projekt mit geworfen ja er kann ich schreiben und dann ich gehe zu müssen kommen also die 2 und so das sie noch ein bisschen mehr der Schaden als das ganze Wasser hier ein paar Jahre 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 also auch so denke ich ich halte eine Scheiße der Fall soll eigentlich nicht so lange gehen aber so 8 10 Minuten da ich nicht mehr okay da machen ein Arschlochgast ich habe es nicht ob die Feindler und so der Wichtigste das war das ich kann nicht so gut ich ist er gestorben die wo bist du gestorben wo Okay. Also, vor... Wo? Nein! Nein! Oh, ich seh deine Sachen, aber ich wär... Oh, nein! Jetzt muss ich das ganze Scheiße noch mal machen. Ich kann mich jetzt hier einfach unproffeln. Das ist auch lustig. Oh, du hast aber viele schöne Sachen auch noch. Ich hab dein Dias Schwert. Das Buch soll ich mitnehmen. Oh, scheiße, ich brenne! Zwei Ärzte, zwei Ärzte, zwei Ärzte, zwei Ärzte, zwei Ärzte, komm! Komm und hilf mir! Ja! Beim Spiel oder leisen. Äh, äh, äh... Ja... Wo? Geh einfach durch den Gang und dann hab ich aufgemacht. Ja, äh... weiter zu zweit. So, ich bin jetzt reinkommen. Was kann ich noch? Ich sollte das einfach weg. So... Wo ist ein Brustpanzer? Wo ist ein Brustpanzer? Da! Da! Da ist ein Brustpanzer. So, ich hab das Wichtigste. Du hast doch zu einsam. Hier noch das Buch, hier noch das Buch, das Buch. Pass auf, wenn der Feuer ist ja schnell aus. Ich mach so leicht, sagt er, kommt er nicht los. Und ein Brot. Watscher-Vigina-Reiserich ist sie in der Sitzelstelle. Ich habe zwar jetzt... Also ich spuck jetzt alles aus. Ble- Die.... Dasselbeinig. Jetzt soll meinen... Das war meine... Das Landrater war manchmal noch mal. Nie... beliefiert, ВОG Antrag 17 sind die Liga habe ich aber nicht bei reißen die er ein spitzer Kumpel geht ein Bett Tata sich manche da entschwert Prozent das ist aber nur ein Eisner Hose R also ich geht es in die Oberwelt und Prozent aber er ist ein erst mehr die März nicht ich habe gesehen du hattest dessen um die Nähe wo auch jetzt ist der Fall ihr von wo bist du gefallen wie viel erster das ist hauptsächlich hat auch bis dort geschickt das ist einfach der Gebäude stattdreißen Karlsdorf und tausend Meter springen mit fünf Werzen und überlebt was hat auf diesem Volk Post ein bisschen wie die Post die Postel in die Mordi die Vorhörungen als eben lassen sich von Hinderung reichen Stern wir haben Besuch aber ich nehme jetzt trotzdem auch weiter lange hat eine Fresse weil es auch weiter was macht er für Geräusche es sind bis und lange keine kreikhaftig Prozent der Erachter denkt wieder blöd Obwohl es meine ersten Autos habe ich glaube in der Kiste er hat er halt eine Fresse man das ist das ist geäußert Halt deine Fresse aber das sind wieder die Glieder die wir als Kleinkinder gehört haben er hat ein Leben muss dich leider nehmen und und erlangen und erlangen und erlangen und erlangen und erlangen und erlangen HB Baha HB nein das ist mein Bild erlangen und ja an ein dort sie der vierten Klasse auf den dritten habe ich mit meinen Kollegen hatten wir so mal eine Parodie von diesem Liedertort Storchow wieselte Portie durch die Weihung zu schließen das war nicht bei die Idee ich sehe das jetzt nicht das ist so peinlich ich weiß nicht ich hab dich ein Essen nicht ich habe eine Karotte die Scheiße ließen im Klo ich lüge nicht das kannst du im Video sogar sehen ich bin hier mit mir da ich hab nichts zu essen aus und herrlich schöne Ehren der Leiste hier an der von Zorn bin bis zum bisschen her das ist wirklich lecker Niederwild die Niederwild wie der Sankt Indie Niederwild Niederwild so ich weiß nicht mal wie sie geht weil ich weiß ich nicht wie sie geht ich weiß es wie die jahre ich mich weil ich mich gerade erinnern dass wir mal eine Parodie gemacht haben und ich weiß nicht mehr wie sie gehen die in der Zeit der die Erkennung ist die die Besucher Hattel 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 es ist ein kleines Gesetzeser Schleifung also ich glaube ich werde die Aufnahme Prozent an dieser Stelle einfach mal Wort doch doch kommen neben mir kommen nämlich kommen h um um komm jetzt so ein ich bin zu nehmen um abkommende um ich bin hier also kommt auf was auf ein selfie neben der toilette also ein ich habe ich habe weiß ich habe die außenkamera hier alter du arschloch ich habe nicht mehr viel leben ich habe nicht mehr viel leben boah bist du ein arschloch ja jetzt nützt es nicht mehr wenn ich nicht mehr brenne du idiot weiß mich brauche nichts machen und ich würde nicht mehr alles tun und damit er nicht mehr brennt dabei praktisch mehr also bis zum nächsten mal macht es gut und kleine wichser